Ist das Laktosefrei? Nein, ein Alkoholfreies. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Sie haben doch angefangen. Jo Michi, die Party morgen findet nicht statt. Warum? Du hast doch Geburtstag und so eine riesen Planung hinter dir. Ne, ne, komm einfach nicht, ok? Findet nicht statt. Muss weiter. Tschüss. Komisch. Ja? Ja, hallo Müller, Ihr Bankberater. Ist denn alles in Ordnung? Ja, warum? Sie haben eine ungewöhnliche Transaktion bei uns durchgeführt. Und ja, ich bin jetzt gezwungen, Ihr Vertrag bei uns zu kündigen und Ihre Karte sperren zu lassen. Hä? Das ist doch nur ein Alkoholfreies. Kommen Sie nie wieder zu uns. Oma!